Ich bin selber Neuer hier in Deutschland. Ich habe mit meinem Opa ein Jahre zusammen gewohnt und ich habe ihm geholfen, gepflegt und so. Deswegen habe ich ja gesagt, eine Ausbildung als Pflegefachmann anzufangen. Die Erfahrungen sind ganz super. Ich bin mit so netten Kollegen zusammen. Ja, wenn egal was ich brauche als Hilfe oder so, die sind immer neben mir. Ich habe auch so vorher ein bisschen Angst. Ich habe Hilfe bekommen und so. Das heißt, braucht man gar keine Angst zu haben und einfach so anfangen mit dieser Ausbildung. Bei BZPG, ich kann die Ausbildung weiterempfehlen, weil alles was Hilfe braucht, hier fängt. Wir sind hier wie eine große Familie. Wir haben unterschiedliche Lehrer und Lehrerinnen. Eigentlich läuft alles super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.